äußerst merkwürdig oder ich bin einfach zu dumm für das spiel was sehr wahrscheinlich sein kann dann kommt vielleicht irgendwo eine andere mal eine große ich rauf sie ich verstehe es nicht das geht so nicht okay das habe ich eh noch nicht so ganz verstanden mit dem kick muss anscheinend zeit anhalten oder so ja nee keine ahnung jetzt kann ich mich noch nicht mal töten lassen wo ist der nächste tod warum kann ich das nicht instant töten da sind nur spitzen dran dieses komische bull auge da unten sieht aus wie eine waschmaschine das da das so jetzt haben wir noch napalm man also ich könnte mir vorstellen dass wir gyro man vielleicht für die seifenblasen brauchen also das wäre das einzige was mir eigentlich noch so einfallen könnte oder ich muss mal gucken was ähm der gravity dings macht falls sie in der höhle kommt gucke ich mal nach in dieser ja verarscht Arscht. Jetzt hat er mich. Penner. Ja, komm. Töte mich. Echt. Zill. Dann gucken wir mal, was hier das hier macht. Er rastet auf jeden Fall total aus, der Tiger da unten. Macht er aber immer noch. Kannst du nicht da hinten runterfallen? Das wäre sehr nice von dir. Nee. Boah. Ich dachte eigentlich, der würde in die Höhle da hinten reinfallen. Okay. What the fuck? Okay. Das hält nicht viel aus. Ich dachte, das wird mehr aushalten. Das kommt mir ja alles sehr komisch irgendwie vor. Das ist irgendwie... Ja, wie kommt man da dran? Ah. Look at this. Das ist ja gefuchst hier. Gewieft. Ach, diese komischen Renndinge. Oh. Ich hab's kaputt gemacht. Oh. Okay. Wichtig. Huäh. Scheiß Heli. Verpiss dich, du dummer Drex Heli. Verpiss dich, du... Eine kleine Energie. Ich glaub, es hat. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, das war doch... Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ah, dankeschön. Was... Nee. Nee, dafür nicht. Ja, den nehm ich. Energie-Tank. Aber der wird ja anscheinend eh nicht gespeichert. Find ich ne Sauerei. Achso, seinen Kopf muss ich ja treffen, ne? Ja, nice. Ich hoffe, hier oben war ein Speicherpunkt. Das nehm ich sehr gerne. Gerne führe ich dich dafür auch noch mal reloaden. So, was ist das? Das ist hier doch auch wieder... Hier kommt auch wieder irgendwas. Ich kenn dich doch. Ich glaub nicht, dass ich das kriegen werde. Ein N. Haben wir. Ah, das ist gut. Und ein Leaven. Okay. Drei. Zwei Energie-Tanks? Wo haben wir das... Wo haben wir den anderen Energie-Tank her? Ach, stimmt. Den konnte man ja einsammeln. Warum habe ich das jetzt nicht getroffen? Hä? In deinen Kopf. Ja. Gewiss. Schöne Raketen. Ich hasse euch. Okay, das sollte mir mit Rutschen funktionieren. Diese Dinger! Die sind irgendwie süß. Ich mag die. Ja, ich kenne euch doch, ihr Bastarde. Ja, ja. Zum Glück schießen die nicht. Als ob hier keiner kommen würde. Komm. Okay, wir sind... ... bei unserem ersten Boss heute. Das ist der Wahnsinn. Applaus für mich. So, äh, was... Napalm. Das ist ja eigentlich ziemlich alles vernichtend, oder? Hm. Der Kick ist ja... ... unnütz. Weil das... ... funktioniert ja anscheinend nicht. Ähm. Ach, wir machen erstmal normal. Schon mal aufladen. Und dann geht halt ab. Für ne Mark. So. Mit deiner Lampe da auf den Kopf. Okay. Ja. Hm. Pfiou. Ich benutze mal... ... dieses andere da, das... ... hier hold. Gucken. ... was das so tut. ... gut. Nichts. Huh. Ja, Stone bringt nix. Oh, that's good. Okay. Das sollte funktionieren. Wenn wir jetzt nicht Game Over sind. So, ein Leben noch. Ich schreibe es mir direkt auf. Gegner ist Napalm. Napalm. Und wie heißt das? C.I. C.I. That is very good. Schaffen wir doch heute noch mal einen Gegner. Das ist schön. Vielleicht auch nicht. Okay. Oh. Gott sei Dank. Das kann natürlich auch sein, dass ich letztens meine Energietanks alle aufgebraucht habe. Bei einem Boss. Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich da ein, zwei Stück genommen habe. So, was bekommen wir dann jetzt? You got Napalm. Bomb. Tja. Ähm. Ich bin gerade am überlegen, wenn wir bei Gyro Man, wenn wir da nach oben fahren. Ich habe immer noch nicht so ganz die Peilung, was gewisse Fähigkeiten, die wir haben, machen. Zum Beispiel einmal halt, äh, das, äh, wie heißt das? Also Kick. Macht gar nichts. Ich drücke die Taste und, äh, es zieht noch nicht mal irgendwie Energie von der Fähigkeit ab. Und, ähm, Hold. Das weiß ich nicht. Ich versuche, wie viel Leben haben wir? Eins. Kann man sich hier irgendwo töten lassen? Oder ich versuche es einfach mal und hoffe, dass ich so weit komme. Und dann gucken wir mal. Moment. Ich dachte gerade, mein Controller, da wäre irgendwas kaputt drin, ne? Also, dass das Rattern tut. Tut's aber nicht. Weil das wäre sehr komisch gewesen, weil ich den nicht rumgeschmissen habe oder so. Und ich habe den schon mal aufgemacht und habe da das ratternde Stück entfernt, was da abgebrochen war. Deswegen wäre das komisch gewesen, wenn da jetzt wieder was drin am Rattern wäre. Ah, das ist so ein böser Sprung da, ne? Ah. Ah, gut. Ich kann mich jetzt schon wieder nicht an das Level hier erinnern, was hier passiert. Ich weiß nur, dass da irgendwo was ist mit runterfallenden Sachen. Ah, hier kam das Hühnchen, ne? Das ist schon mal sehr gut. Ich treff's nicht. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So, ist das Leben noch da? Ja, das ist schön. Hühnchen. Vielleicht lässt du hier noch was Schönes da? Nö. Hm. Hier hört gleich ein Motorrad wahrscheinlich. Ah, es ging. Es gab schon mal lauterer auf jeden Fall. Oh, falsche Melodie. Nimm mal wieder die Mitte. Nö, okay. Ach, er hier. Lass doch mal was liegen, du Penner. So, jetzt kommen hier diese Viecher. Gesundheit. Falls man es gehört hat. Ach, komm, ey, das Spiel hat geruckelt. Weil es seine Awesome... Ich kann auch nicht reden. Weil es seine Awesome nicht... Awesomeness nicht handeln kann. Mein Gott. Total verkackt. Ach. Nun. Geil. Null Leben. Ey, ich feier das so hart. Dankeschön. Was tut das? Das frage ich mich bei so vielen Sachen hier. Es bringt auf jeden Fall nichts. Wie? Wenn ich jetzt nochmal bis da hinkomme, versuche ich es mal von der linken Seite. Vielleicht geht rechts einfach nicht. Hm. 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 Das sieht man eigentlich ziemlich... Wenn der da an dem Fitzelchen hängen bleibt, ne, dann rutscht der einfach nicht mehr. Ah. Nö. Keine Lust mehr. Ich schreibe mir jetzt das Passwort noch auf und, äh, ja, werde dann wahrscheinlich am Samstag nochmal versuchen. Hm. Hm. Dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Wir haben ja wenigstens einen Gegner besiegt. Ähm. Ja. Bis dann, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.